Hallo ihr Lieben, mich hat mal wieder die Backlust gepackt und ich zeige euch ein leckeres Puddingplätzchenrezept. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß beim Nachbacken und vor allem beim Genießen der leckeren Plätzchen. Bis zum nächsten Mal.